Versteht das denn hier niemand? Werden wir einen Apfel haben? Oh, Mann! Oh, Mann, oh! Toll, kein Apfel. Aber ein lustiger Baum, der irgendwie gerade bescheuert aussieht. Nein, das ist halt ein Berg. Kann das in etwa unser Berg sein? So, hallo und herzlich willkommen zurück, ne? Ja, eh, warum ich Schilder in der Hand habe und andere Sachen, die ich vorher nicht hatte. Ja, ich habe eben versucht, ein Special zu machen. War aber irgendwie scheiße, weil ich hatte so gedacht, oh, nee, ist doch eine kacke Idee. Also, lässt du das mal wieder? Ich habe hier auch so ein bisschen gebaut. Ja, es sollte eine Dönerbude werden. Aber es sieht scheiße aus. Deshalb habe ich es gelassen. Ich hätte keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Hallo? So und so und so. Okay, so geht's auch. So und so und so und so und so und so und so. Ah, cool, das geht sogar. Cool. Seht aber irgendwie scheiße aus. Das hier auch. Und trotzdem mache ich hier einen Koppelstone hin. Warum ich das jetzt hier weg mache? Keine Ahnung. Ich muss das hier mal, oder möchte das hier mal mit Holz ausstatten. So. Also wenn ich gerade mal etwas weniger labere, dann liegt das nicht an mir. Doch, klar liegt das an dir. Nein, es liegt nicht an mir, weil es ist schon verdammt spätabend. Na gut, verdammt spätabend ist gut. Viertel vor sieben. Ja, das ist nicht verdammt spätabend. Nice. Aber trotzdem, für mich schon. Nein, auch nicht für mich schon. Aber, naja, ich habe heute viel rumgescheißt und Scheiße gebaut mit einem Kumpel. Also nicht die Scheiße gebaut, ne. Also wir waren schon vernünftig, aber wir haben halt ganz viel spaßige Sachen gemacht. Und davon bin ich jetzt einfach ein wenig müde. Falls man das hier in dieser Gesellschaft noch sein darf. Nein, darf man nicht. Achso, wusste ich nicht. Tut mir leid. Ich dachte, man darf das hier noch sein. Hm. Hm, 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 da haben die die zwei. Oh. Und, schwupp, und 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 schwupp. So. Jetzt sieht das doch alles hier schon ein bisschen netter aus. Biss noch wieder Nacht. Oh, cool, habe ich schon wieder auf Einfach? Ja, ich habe schon wieder auf Einfach. dann können jetzt wieder ein wenig essen gut wir brauchen gleich mal Schweine müssen wir nicht mehr killen aber erst mal killen die Monster Mwahaha ich bin böse oh, ah ja danke Carlo, können hier mal Skelette oder sowas spawnen? ich hab jetzt gerade mal irgendwie voll Bock voll gar nicht Bock, meine ich, auf Kämpfen aber irgendwie auch voll Bock warum müssen wir denn hier gleich diese ganzen blöden Viecher spawnen? mh, dann bin ich wieder depressiv ich bleib jetzt mal bei mir im Vorort weglaufen ist leichter als wieder zurückfinden das steht fest da kann mir auch keiner meine Metapher nehmen wo ist jetzt schon wieder mein Zuhause? ey, ein Creepy ein kleines Creeperchen Creepy komm mal Creepy upsie ein Spinnchen hallo, kleine Spinnchen hey, du blöde Spinnchen, du noch ein kleines Spinnchen guten Tag, kleine Spinnchen, was geht ab? ja, guten Tag oh, ein Spinnlauge boah, ausgeglichen nein, doch nicht ausgeglichen hey, lass mich in Ruhe scheiß Spinne scheiß Skelett sind trotzdem alles scheiße alles ist scheiße alles ist scheiße solange du wild bist nein, Scherz oh, noch ein Skelett aber ich hab keine Bock auf Skelette eine Schafe kühlen aber ich brauch ich brauch auch mein Zuhause dabei ich vermisse es nämlich schon wieder Zombie komm her, Opfer da bist du hin boah ich denke mal die kommen von hinten das ist voll blöd doch, ich denke ich brauch noch ein so ein Ding brauch ich trotzdem mies tut mir leid, aber ich hab jetzt keinen Bock zu sterben ihm jetzt gerade mal nicht deshalb da halte ich kurz mein Herzchen wieder auf aber nicht mein Bock gut hm, hm, hm hm, hm hm, hm hm, hm das war schon mit den ganzen Schafen ach, da ist ein Zombie ach, ich frag mich schon wieder wo mein Zuhause ist oh, mein Zombie kannst du kurz weggehen Opfer Spinnchen guten Tag Spinnchen ich brauch mal irgendwas wo ich mich orientieren wo ich mich dann orientieren kann oh, ein Creeper 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 oh, böse auch ein Schiff h auch ein Schellett Real und auch ein ganz Schiff Oh, ist toll. Jetzt auch immer das gleiche, wenn man nicht in der Nähe seines Hauses bleibt. Noch ein Skelett. Ein Zombie. Ich will ein Enderman. Oh, ein Skelett. Ein wieser Bogenschütze. Ich will ja mal einen Enderman töten. Das macht Spaß. Naja. Den Enderman zu töten macht keinen Spaß. Aber wenn man den getötet hat, dann hat man Spaß. Oh, ein Skelett. Scheiße. Scheiße, scheiße. Ein Skelett, ein Skelett. Das ist jetzt gerade unfassend irgendwie. Wenn du mich jetzt gerade mal hier tot machst, das wäre jetzt gerade ein bisschen scheiße. Bisschen scheiße. Komm, geh tot, geh tot. Danke. Mist. Jetzt habe ich schon wieder kein Herzen. Ich habe bloß einfach keine Lust zu sterben. Ich könnte jetzt auch einfach sterben können. bloß, das wäre dann blöd entgegenüber zu euch. Weil ihr dann ja auch sterbt, sozusagen. Obwohl es gar nicht so schlecht wäre zu sterben, jetzt gerade in dieser Situation. Ich würde nur mein Haus sehen. Moment, ich habe eine Idee. So, okay. So, jetzt mal wieder kurz hier. Gering auch nicht. Winzig. weit. Ah ja, okay. Ich mache das Ganze nochmal wieder richtig. So. Guten Tag. Zurück. Hallo erstmal. Ist da... Nee, doch nicht. Ähm... Die Karte baut sich ja gerade noch auf. Aha. Aha, wir sind ja gerade auf der Suche nach... Ich will nach Hause. Hey, Moment, Moment. Ich muss ja kurz auf Friedlich spielen, weil wir haben ja nichts mehr dabei. Das ist ja gerade irgendwie ein bisschen scheiße. Aber naja, ich weiß auch nicht, woran ich mich orientieren kann oder so. Ach, war klar. Ah, wie da ein so viel dahin... Ey, da weggemacht. War ja klar. Kürbisse. Kür. Der komische Baum hier. Da hinten ist die Schneewelt. Hier ist der Berg. Och Mann, ich will doch nur nach Hause. Ich will doch nur nach Hause. Oh, ein... Hä? Ja, genau. Ein Pfeil. Och ja, und jetzt steckt hier kein Pfeil mehr, oder wie? Das ist ja auch sehr schön. Einfach mal so... Nö, jetzt nehme ich den Pfeil da mal wieder weg. Nö. Da ist kein Bock mehr drauf. Scheiß Pfeil. Geh weg. Geh weg, du Schießpfeil. Oh, ein Hügel. Ein Hülschen. Ah ja, Wüste. Das ist schon mal ganz gut. Warum? Frag... ...den Weihnachtsmann. Ja, frag den Weihnachtsmann. Warum du den Weihnachten fragen... ...warum du den Weihnachtsmann fragen sollst, frag den Osterhaben. Und warum du diesen... ...warum du den Osterhasen fragen sollst? Oh, frag mich nicht. Hey, ich will... Warum soll ich den Osterhasen fragen? Ob ich den Weihnachtsmann fragen... ...Dings, Bums. Oh ne, da ist es wieder. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Hm... Wüste, Schnee... ...Berge... Och, wie schön. Haben wir noch Äpfel oder so? Was ist das? Was ist das? Alles ist weiß. Naja, egal. Hat gerade anscheinend irgendein klein Back oder so. Nein, kein Back. Wie komme ich da drauf? das im m m Blutsch wird ja grauenhaft die 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 ja gut, noch für sich. Was ist gerade diesem Ding ist, habe ich keine Ahnung. Moment, ich habe mal eine Idee. Einstellung. Ah, dann müssen wir Höchstleistung mal wieder ausgewogen machen. So. So. Mal sehen, ob es jetzt geht. Nö. Ach ja, jetzt ist das auch noch weiter links. Genau. Klar, warum nicht? Ja, klar. Können wir auch mal so machen, dass das jetzt einfach alles weiß ist. Guten Tag. Ich bin leider schon im Spiel. Ja, scheiße. Fuck. Verkackel hier. Voll verkackel. Fucker-kackel-dackel. Also nochmal, guten Tag und herzlich willkommen auf der Suche nach unserem Zuhause. Zuhause-Dings. Ein Schaf. Ich will eigentlich mal wieder... Eigentlich... Jo. Wäre eigentlich ganz schön, wenn wir mal wieder nach Hause finden würden. Also ich hätte da auf jeden Fall nichts gegen. Ich habe nichts gegen, einzuwenden, dass wir jetzt nach Hause finden. Ich aber... Oh, Opa, sei leise. Ba-ba-da-ba-ba. Oh, dunkel. Da könnte Monster spawnen. Dunkel. Spielen wir eigentlich noch auf? Ja, mach ich doch. Oh, dunkel. Hilfe, es ist dunkel. Hilfe, es ist dunkel. Bin ich jetzt böse oder so? Ich hoffe. Wenn ich nicht böse wäre, dann werde ich gleich böse. Ne, ich glaube, ich mache dann doch nochmal lieber dann was anderes. Ne, ich gehe dann nicht nur mal so hier hoch, ist mir dann doch, ehrlich gesagt, noch ein bisschen lieber, als irgendwie jetzt zu verkacken. Verkackeldackeln. Ach ja, nochmal diese Folge so ist nochmal so eine Videoantwort an die Frage von Halsband4U. Höh! Hm, hm. Und die lautet, ja, wir können gerne mal zusammen das Plane, weil ich kenne ja noch persönlich. Von daher ist das alles gecheckt. Ich habe das nur noch mal bald nach Hause. Ich finde es gerade irgendwie ein bisschen scheiße. Und jetzt